Zehn braune. Keine roten. Ich möchte grüne mitnehmen. Von denen wir nur noch sechs haben. Heul. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass hier so viele Schafe sind. Ein Paradies. Nicht für Schafe. Oh, so viel braune Energie. Sehr ehrlich. Moment, was ist mit dir? Achtung, Mädels. Party erteilt dem bösen Mann jetzt deine Lektion. Nein, ich will dich nicht töten. Auch wenn du mein Freund bist. Jetzt. Der fand das wohl nicht so gut, diese Aktion. Es tut mir leid. Hätte ich vorher fragen sollen. Es tut mir leid.